Malheuris, diese von oben drauf gucken, wenn man tot ist, ist mega geil, ne? Aber wenn Jeff mich handcufft, kann ich das selber nicht mehr benutzen. Das ist ein Feature, damit du die Handcuffs nochmal spüren kannst. Geil. Ich mach Beugenflip, krieg die jetzt erstmal selber ab, das Schwalen. Jeff, wo bist du? Jeff? Ah, hier. Selber schuld. Ah, ja. Na, also, aber dafür hat er einen Boxkampf gemacht. Wow, gerade ging das Licht raus, oder? Da hat er sich direkt gerecht, dass er es erstmal fixen kann. Leute, die rächen, haben meistens in Gärten zu arbeiten. Oh. Oh, weia. Ich hab Malheuris gefunden. Der liegt tot in der Cafeteria. Auf dem Weg zu Weapons. Ja. Oh. Ich weiß, wo das ist. Da bin ich früher... Von der Mülltask geradeaus runter zu dem Gang Richtung Weapons quasi. Oh. Da liegt er. Noch in Cafeteria. Ist tot. Er ist auf jeden Fall tot, ja. Hast du dich gemerkt? Das ist genau mein Weg, den ich gelaufen bin. Er hat keinen Puls mehr. Echt reingestochen. Das schlechte Gewissen der letzten Runden. Oh. Ich habe auf gar keinen Fall in den Bait reingestochen. Ähm. Der ist vermutlich schon ein bisschen länger tot. Ne. Wenn du das so sagst, dann glaube ich dir das. Ich mein Dasher. Achso. Da muss ich den ja Reportpartner gehabt haben, weil ich bin ja aus dem Admin hoch über Cafeteria in Weapons. Und dann sind wir uns nochmal gecrossed bei der Kreuzung nach Navigation. Du könntest natürlich auch einfach der Mörder sein. Das stimmt, ja. Du hast heute einen Posterpass. Ich trau dir das. Oder ich habe nicht in den Bait reingestochen und du hast getötet. Ja, ja. Es gibt drei Sachen sogar. Entweder hat jemand anders gekillt, ich habe gekillt oder du. Damit hast du jeden einzelnen Spieler abgedeckt tatsächlich. Ja. Und ich glaube, das zählt auch wirklich für alle Kills. Entweder ich habe ihn gemacht, jemand anders oder irgendwer anders. Ja, richtig. Ja. Ich finde, wir spielen da eigentlich noch, wenn wir das wissen. Hast du natürlich recht. Ich finde das übrigens gut, dass wir heute... Ich wollte einfach mal Juli. Ja, Juli muss einfach random fliegen, bin ich auch dabei. Ja. Juli voten, Juli voten, bin ich aber dabei. Hundertprozentig. Nee, skippt mal. Das... Nur ich vote. Ja, mach ich doch. Irgendwer swap mit Smeggy. Oh nein. Nein, nein, nein. Siehste, Juli, ich mache das nur, damit jemand swappen kann. Sehr gut. Gute Idee. Okay, gleich. Ja, das muss ich ja auch, Juli. Jetzt Julis Wop-Armpflicht raus. Ja. 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 Na ja. Pog schon 24 Tage. Pog. Pog. Ja, ich meine das ernst. Äh, Ninja Warrior würde ich mich tatsächlich mal bewerben. Ähm. Aber da muss man natürlich auch vorher ein bisschen üben, ne? Sobald ich wieder ein bisschen im Bouldern drinnen bin. Pog. Terse. Shoshi und Dasher. Ja. Hammer gut. Ja. Äh, Herro. Dank für die 23... Fast zwei Jahre. 23 Monate resub. Just Doroky, Ninushka, Gen 44, Cody, Hightower. Oder... Guter alter Hightower. Guter auto. Äh, Dank für die subs und resubs, Leute. DMS, EC. Auch. Oh, das war ein Engineer. Wir haben auf jeden Fall eine Engineer drin. Fahrer, oder? Schaus hier, Shoshi. Ich bin immer noch Deputy, da muss man immer so ein bisschen drauf achten. Die Meinung mit dem Üben war WLAN wohl nicht. Ne, das finde ich ein bisschen gemein. Also... Das war jetzt... Also das sah jetzt nicht so aus, als ob er irgendwie komplett scheiße war. Sondern es war halt ein bisschen unglücklich. Was reimt sich aufs Maggie? Richtig, mate. Nee. Äh, der liegt an den Kabeln, ähm, in der Cafeteria. Da konnte man ja noch nicht mal sehen, was da überhaupt kommen. Bestimmt. Der arme. Habe ich gemacht, Schraube in Cafeteria, da macht... Der schaust jetzt schon beim zweiten Kerl in der Nähe. Mhm. Äußerst sassi. Mhm. Haben wir eine Ahnung, wie lange der da schon liegen kann? Weil jetzt... Ich in Cafeteria war, das ist bestimmt irgendwie 30 Sekunden her, da lag da noch niemand. Er liegt in Electrical dann ungefähr 10... Würde ich sagen? Wir in Cafeteria auch bei den Kabeln. 10, dann kann es aber... wenn da oben liegt dann habe ich mich gehört weil das war nämlich rechts in navigation ist danach links gelaufen von unten kam chalinese mit käse was mit der bolognese ich kam von oben in navigation deswegen ist das so bevor ich euch getroffen habe in der wie bevor ich euch in navigation getroffen habe bin ich durch cafeteria gelaufen da lag niemand ich war noch nie in meinem ganzen leben in navigation ist seine lüge etwas hat die kabel gemacht von navigation ich war vorhin in navigation haben kabel gemacht das ist keine lüge aber ich war eher im gang nicht in dem raum das ist wichtig das ist ja doch also so proximity ist welche art von wiederbelebung hast du versucht zu machen ich habe versucht als kabel den eisenhaushalt aufzugleichen in den messer eingestecken damit er vielleicht neue power kriegt aber hat auch nicht funktioniert es magi ist halt eine batterie wer sammelt das ganze sonnenlicht deswegen strahlt er auch immer so deswegen ist es den kannst du nicht jump starten mit irgendeinem komischen strom das ist ja mein vot kriegst du weil er als letztes gesagt hast du mein vot kriegst du weil er als letztes gesagt hast ne was ist weil ich der bürgermeister nicht wahrscheinlich eher eiltschirmspringer mit extrem faktor aber okay also mein vot hattest du aber wer hat ich habe auch ich aber das war damit ich den mayor verstecken kann ich bin habe ich dann als sheriff auch hälfte vom kulon jetzt wo ich kind war wenn ich zum also wenn ich zum sheriff werde das ist die frage ich würde mal davon ausgehen sheriff schießt auf dem deputy stark hey du schweinepriester oh der ist frisch der erste der erste der erste ja bitte da habe ich schon gesehen der erste habe ich gesehen der tier jeff weggemacht vor mir ich habe es auch gesehen ihr beide habt das gesehen das kann das kann ja nicht stimmen hast du mich jetzt echt gewartet klar du bist reingelaufen in admin table und ich war im fix drin kommen raus sehen nach umfallen wie chef umfälle flash reporter sieht das gleiche also für mich bist du 100% der ich bin gerade auf dem weg von weapons runter zum alarm ich bin ich nein bist du nicht oder wo genau bist du so viel mehr ja ungefähr eine task jetzt quasi warte mal was ist jetzt gerade los die einzige andere möglichkeit ist das fest morfling ist wenn ich morfling wäre dann wäre ich ja gestorben als das auf mich geschossen hat bin ich aber nicht warte mal ganz kurz wo hast du jetzt reportet insecurity und da soll ich jetzt getötet haben ja vor mir aber ich habe auch gerade in admin auch noch getötet moment mal ja das ergibt keinen sinn hä ich wollte gerade sagen aber er ist gerade in admin also der erste ist immer ich war im fix drin ich bin bei weapons hallo kuckuckuck ich bin rechts oben ich bin rechts oben und dann ein ding umfallen warum bist du verwirrt julie stand gerade auf der leiche in admin ich wollte da gerade reinlaufen und dachte mir so warum steht sie auf der leiche und dann wurde reportet nein aber der erste ist da auch reingelaufen na hä nein julie hat vor mir reingelaufen ich bin mega verwirrt jetzt shy hast du mich jetzt auch gewartet natürlich ich habe dich oben rechts nicht gesehen und wenn es zwei Leute sagen du hast gekillt dann bist du eventuell gemord ja aber wenn hast selber noch einen kill gemacht skipp skipp alle skippen shelly julie skipp skipp hä das ist doch ultra verwirrt Leute wir müssen jetzt skippen weil ich bin rechts oben hä boah junge junge bitte sei einer von euch tiebreaker der techniker wurde skippen ist halt völlig falsch weil jetzt auf jeden fall zwei kinder drin sind gut job für euch shoshi is morfling items ist auch tot oder was und ich bin kind sprich kann früher schießen ich werde auf shoshi schießen wenn das nicht richtig ist dann muss es terste sein das ist doch nicht dein ernst ich hätte vielleicht auf terste schießen sollen ups blesk hat sich gerade an mir erschossen ja genau ich dachte blesk kann perste hinterher blesk kommt nach oben und erschießt sich an mir ich war gerade mit shelly wir sind gerade nach rechts gelaufen ich war oft oh mein gott nein eben nicht ihr beide seid dann durch die tür gelaufen ich bin nach kafeteria ich bin jetzt oben ich stehe sogar über dem schriftzug wenn die karte aufmacht ihr seid beide nach rechts weggelaufen können wir hier bitte jetzt wirklich test boten ich weiß nicht warum grad eben das war komplett auf cooldown das war wirklich genau auf cooldown das war nicht geschossen weil wir halt wir sind nämlich wieder zurückgekommen nach kafeteria weil wir dachten okay lass mal vielleicht oder ich hab mir gedacht lass mal vielleicht lieber button drücken äh warum hat blesk auf dich schießen wollen ja das macht halt null sinn er hat halt auf mich weil ich gerade eben so strong gegen terste gepusht hab weil ich gesagt hab ne das macht halt null sinn shai weil er hat ja gesagt vorhin ich hätte gekillt dann hätte er halt auf mich geschossen er ist ja grad an der Auffassung oder auf mich weil ich irgendwas falsch gesehen habe ja also das macht halt null sinn ich würde doch nicht reporten ich hab shelly und terste nicht mal gesehen dass sie wieder gekommen sind also jetzt mal nur doch faro ich hätte dich schon lange drüben im reaktor umgebracht julie dich hab ich nicht mal gesehen und shelly und terste halten hier quite obviously zusammen können wir bitte terste raus wollen wir können danach auch gerne mich voten wir halten nur zusammen weil wir gerade zusammen standen und gesehen haben wie der kill halt gefallen ist ja ihr konntet das nicht sehen ich konnte euch in meinesischen nicht sehen natürlich du hast vorletzterrunde gesagt du hast mich rechts oben nicht gesehen obwohl ich da war ich hab keine ahnung ich stand an dem reaktor ich hab dir einen code gemacht das war 06815 das war der verdammte code und ich hab dich nicht erwähnt ja mein code war 1 2 3 4 5 richtig genau Faro wer denkst du bitte ihr könnt nach gerne mich schmeißen ich bleib irgendwo stehen mir egal Faro wer denkst du das ist ja jetzt nicht schlimm keine ahnung also ich es können beide sein ich find's komisch dass Vlesk auf Shoshi schießt keine ahnung Vlesk würde auf jeden Fall auf mich schießen er hat auch gesagt ich wäre Killer aber ich hab ihn hinterher und schießt mich er hat auch 14 Kohler es ergibt nur Sinn dass er halt amt dass er das quasi Sean am Tisch Vlesk killt bevor er den Button drücken kann Vlesk ist hochgelaufen wir stehen weiter oben wir stehen überm Tisch naja aber noch nicht hochgelaufen nein wir stehen nicht mehr in der Range gleich habe ich geändert jetzt keine Ahnung warte warte ich bin das müsstet ihr dann gleich sehen ich bin nicht mehr in der Range vom Tisch es ist schei ich hab dich enthalten Kuckuck Freude keine Ahnung Flüsse sind gesund ich steck sie in den Mund hat eben niemand rausgewordet ja ich erkläre euch warum ich auf Shoshi geschossen habe und ich auf Terste ähm ich hab Terste killen sehen aber die Leute meinten wirklich alle oh Terste war aber gerade ein Admin das war aber auch Terste okay ich muss ich muss kurz ja pass auf ich erklär das jetzt kurz okay die hat er recht warte Schellinese mit Käse wie haben wir das dann auch gesagt Terste okay also was passiert ist was passiert ist ich war Sheriff ja ich hatte eine Wahl auf Terste zu schießen das hätte ich auch direkt gemacht wenn ich ihn noch gekriegt hätte aber dann im Meeting ähm klang das echt ehrlich von Terste dass der gar nicht in Security war und das warst du auch nicht ne äh doch ach das warst du okay ist komplett egal ist komplett egal Shelly hat ja anscheinend Terste gemorpht und auch als Terste getötet oder nicht nein ich hab als Julie getötet Faru hat wirklich einfach Müll ach so ja dann hat Faru einfach weil Faru alle von euch haben gesagt Terste war ja gar nicht hier der war ein Admin und hat da getötet und ich dachte mir hä das ist alles sehr verwirrend und die einzige Person die nicht gesehen wurde weil irgendwer auch meinte Shelly war ein Admin warst du Shoshi und dann dachte ich mir ah Shoshis Morphling hat getötet und will Terste jetzt raushauen und das ist mir richtig geschossen nein ich stand halt da oben und ich bin davor da oben hin und her gewendet und Terste war da halt nicht und ich nur so okay ja aber die Leute meinen alle Terste ist gerade hier ein Admin mit uns gewesen und ich so hä okay dann kann der ja gar nicht da gehen ich hab ja gesagt er hat da gekillt aber das ja das hat mich tatsächlich gesaved ne ja dann dachte ich dann dachte ich irgendwie dass Faru und Shoshi irgendwie Killer sind weil weil ihr irgendwas hat da nicht gestimmt bei dem was Faru gesagt hat und ich dachte du machst 5-Head und er schießt damit Shauna reporten kann damit wir nicht erst nen Button brauchen sondern noch sie reporten kann so weiß ich dachte das wär so Giga 10.000 Head aber naja egal 10.000 Head und Terste hinterher läuft und dann letzte Sekunde ah nee auch wenn ich als Mini-Sheriff weniger cool dann hab ich dreh um und lauf zu Shoshi und schieß auf nee ich wollte von Anfang an auf Shoshi schießen tatsächlich bis 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 zum nächsten Mal.